Und nach rechts, die linken nach rechts hoch. So, jetzt nimmst du unten links den roten. Links den roten? Äh, unten rechts den roten. Den nach unten. Oder warte. Ne, den hoch in der Mitte. Ne, in der Mitte. In der Mitte geht ja nicht. Doch, du gehst jetzt nach unten rechts wieder und dann nach oben. Ach so. Ja, ich versuch's. Okay, das haben wir jetzt schon mal. So, jetzt kannst du unten den nach Mitte hoch, links und runter. Das schon mal da sind Punkt. Okay, dann machst du den, ja. Unten links, unten links. Ja, jetzt nimmst du den, ja. Runter. Nee. Nee, wieder hoch. Und jetzt noch rechts, ja. Das haben wir auch. Okay, ähm. Jetzt nimmst du unten rechts den. Ja, machst du den mal drüber. Und dann oben den. Ah, den runter. Dann links unten den. Den machst du hoch. Den runter. Nee, geh mal zurück, mach den mal zurück. Ja. Nee, lass den mal da unten. Ja, da. Du musst, äh, den roten von oben wieder runter. Wir sind jetzt fast wieder in der Ausgangslage. Ja, ja. Jetzt ja den linken. Mach den mal. Mach den mal hoch. Jetzt unten rechts den roten. Ja. Dann oben den runter. Und den linken oberen hoch. Ja, okay. So, der muss da sein, den haben wir. Ja, ja. So, jetzt. So, jetzt. Den. Ähh. Also jetzt haben wir den roten. Den machst du mal. Geht ja noch hoch, ja. Gehen wir hoch. Jetzt haben wir unten den. Den kannst du runter machen. So, jetzt haben wir den. 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 Da. Wenn wir jetzt den da hinschieben. Dann kommt der da hin. Der kommt da hin. Jetzt schieben wir den hoch. Den links. Oben links den. Also in der Mitte. Mitte. Ja. Den runter. Den unten links hoch. Dann schiebst du den in der Mitte hoch. Dann schiebst du den in der Mitte hoch. Super, so. Jetzt kommt der Clou. Oben rechts den. Runter. Den unten links hoch. Ja. Ja. Unten rechts den nach links. Oben links den nach rechts. Genau. Und gleich weiter nach links. Ne. Nach links unten. So. Unten mit der den jetzt links hoch. Links hoch. So. Und den in der Mitte in der Linken. Nach rechts oben. Ja. Und den oben in der Mitte nach links und rechts unten. Ja. Sehr schön. Uh. Ein Ventilator. Hey. Mach ihn kaputt. Auf Klopf. Aha. 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 Der hat A, B, C. Der hat A, B, C. Hä? 2, 2. Der wird immer größer. Nehmen wir die A. So. So. Und. Und C. Er hält es wieder. Geh. Okay. 2, 3. 5. 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 0. 4. 5. 4. 5. 7. 5. 5. 5. 5. 5. ist er eingeschlafen? ok, machen wir mal alles richtig, was sind denn da von uns? ja, dachte ich eigentlich auch A falsch, ich hätte C genommen nö nö B ok er wird immer saurer ah ok jetzt ist er gleich ganz sauer ah jetzt ist er total sauer jetzt können wir reingehen sehr schön sehr schön es muss aber darauf kommen, dass er alles falsch machen muss ja ja ich habe jetzt irritiert das jetzt aber wenn alles richtig war, dann ist er eingepennt ja oh jetzt kann man die Pflanze eintopfen ja wo siehst du denn was zum eintopfen? Das ist ein kleinerer Topf, der zweite. So. Oh, oh. Können wir aber nicht anklicken. Vielleicht, weil du den Kasten davor geschoben hast. Den kann ich aber nicht mehr zurückschieben. Jetzt ja. Ah. Jetzt müssen wir das Ding wohl anmachen zum Bestrahlen oder was? Bestimmt. Dann brauchen wir aber Strom oder so. Das heißt, du... Guck mal, dann in den Tauber nochmal. Eins, zwei... Sind das vielleicht gar keine Schubfäsche, sondern einfach hier Dior-Kästen? Kannst du das halt in den Dior-Projektor hineinschieben? So. Aber da muss ich jetzt wieder hingehen. Ja. Oh, trotzdem noch Strom. Hm. Mal da. Da ist doch die Taufe. Aha. Und Tod. Wow. Ähm. Und Tod. Wow. Na ja. Das ist das. Jetzt bin ich gespannt. Falsch. So. Ja, dann komm ich ja hier wieder nicht lang. Runter? Ja. Dann komm ich ja da nicht lang. Ja. Ja. Ja gut. So. Du hast gesagt... Ne. Du hast doch gesagt runter. War verkehrt. Jetzt bei dem letzten runter gehen sollen. Muss ich denn da oben anfangen? Ne, ich kann auch da anfangen. Ach ne, kannst du da anfangen. Okay. Hoch. Rechts. Und runter. Bim, peri, wim, bim, bim. Bim, peri, wim, bim. So. Tum, 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 tum. Tata, ganz ohne Hilfe, oh, es blinkt unten die erste Treue mal. Ach, jetzt leuchtet der Hals, oh, guck mal, nehm mal weiter, nehm mal weiter, da ist noch ein Sprung, Kreis. Der zweite Reihe, das zweite Feld. Was, hier? Ja. Hoch. Links. Hoch. 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 Hoch, Hoch. Oh, shit. Hä? Die richtige Reihe? Die hier? Ja. Das ist jetzt den Weg, den ich habe. Ja, ja. Ja. Hattest du den Weg im Kopf? Ja. Schön. Okay. Irgendwas fehlt da noch. Ja, ja. Ein Lipo oder so. Ja, kannst du erstmal zu Sonnenblumen gehen. Ach so. Äh. Okay. Ach so. Brauchte ich nur die Ölsamen oder was? Die Ölsamenblumenamen, nicht Ölsamen. Ja. Ölsamen. Ölsamen. Ist das noch okay? Nein. Mein Gott, wie viel Rätsel sind denn hier? Hm. So, wir brauchen noch was. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.